Es geht jetzt. Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Astronia Astronia Mit einem, der mir hier reinredet Was geht? Moin Moin Wie geht's, wie steht's? Mir geht's sehr gut, Jason Weißt du, was wir heute machen? Was? Genau Und zwar werden wir heute Das Ding Analysieren Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen Was ist, deswegen machen wir's mal hier Ich hab mal 2x Harz Warte mal, ich pack mal kurz das Harz weg, ne? Ja, mach mal Mach mal nicht Ich hab 4 Harz, deswegen Warte kurz, ich hab hier kurz was gefunden Nimm's doch So, gut, pack jetzt mal kurz Zum Wurde Wenn ich da hinkomme, nenn ja Ist drin 717 Das ist gut Gut, dann mach mal erforschen Machen wir mal untersuchen Oh scheiß Was hast du gemacht, Jason? Ich hab die Welt dagegen gelassen Was passiert? Keine Ahnung, drück, geh mal zum, geh mal da hin und drück drück Letzte mal Fehler, aktiviere den Oh, wie geil Ich glaub, das müssen wir beide zur selben Zeit Ja, warte Warte mal, was hast du denn? Was steht denn? Ah, benutzen Direkt benutzen dann Oh, hält uns Hey, hier Komm her, komm her Guck her Oh Leute, weißt du, was ist da passiert? Ey, geil Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Halt mal, noch mal Fehlerhaft, aktivierung des Grunds, Ausfallprodukte Ah, ja Ja, was hat das gebracht? Das sieht aber nur schön aus Ich weiß nicht, was ist das? Hä? Ja, wahrscheinlich ist das nur, um das besser zu machen Ist das Feuer? Oder was ist das da hinten? Oder wahrscheinlich zeigt das die nächsten dieser Dinger Weiß ich nicht Auf jeden Fall, bewegen und schleppen Transportiere und einen Anhänger Okay, wir haben Anhänger bekommen dafür, dass wir einen Anhänger hergestellt haben Denn einmal, weil wir cool sind Warum soll ich, wann soll ich das Harz endlich mal wegpacken? Ja, pack, ein paar, pack, weil kannst du Ich drück jedes Mal diesen Kack-Knopf Ich will nachher TheCrowee ein bisschen mit streamen, ne? Ja Also komplett, eine ganze TheCrowee, äh, äh, Folge Drei Folgen werde ich höchstens streamen Aber wahrscheinlich, wenn diese Folge schon online ist, ist TheCrowee-Stream schon vorbei Na gut Oh, jeez, Nicky Und was war denn da grad los? Weiß ich nicht, ich muss kurz was... Wieso ist diese eine Verbindung unterm Boden gewesen? Keine Ahnung Alter, es kam grad aus dem Nichts Das ist echt gut Und wieso wird hier mir ein Tisch angezeigt? In Hologrammform Ich bin verwirrt Einhänger Und wir wollen hier noch den Plattformen vergrößern Nicht vergessen Was ist vergrößern? Wir haben einen Platz vielleicht Welchen Platz? Vielleicht hier ein bisschen mehr hinpacken Die auch mal wo haben darfst Also hier so außen rum ein bisschen Wir Dosen müssen beide mal gemischt wollen glaube ich Wir haben nicht eingemischt Das kann's doch nicht sein Ich hab hier immer so einen einzelnen Hänger Also ich hab zwei... wir haben jetzt zwei Dings Wie ist das? Wie ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte 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 Lass mal da hin Gleich irgendwann mal hingehen Vielleicht zeigt das irgendwas In den Himmel Ja, lass ihn in den Himmel Ja Lass mal sterben Okay Okay Lass Harz nehmen Um Dings zu bauen Um ein paar Lager zu bauen Mit diesen Und mit diesen Lagern Mehr Harz zu bekommen Das heißt wir fahren gleich wieder los ne? Ja und wir haben da hinten ja diese Gemisch und Harz Quelle Ja also So dann haben wir ein bisschen Organisches Damit wir keine Stromprobleme haben Gut Das heißt wer nimmt den ersten Wer nimmt den zweiten Transporter Oder wie? Ist mir egal Dann lass mal denselben nochmal hier ne? Alter ich hab hier noch Ein Hatte jeder Hatte zum Lager Und wir können bei dem einen sogar noch Den hier wegmachen Dann haben wir sogar noch Platz Nämlich von der Strom Von so einem Stromtisch Vielleicht guck ich mir mal heute an was wir hier so noch in Astrin hier machen können In Let's Bay von Keystone Was man noch so machen kann um für Oder was man hier noch suchen muss ne? Ja weiß ich eigentlich schon aber weil ich spoilern lassen willst Ja ich kenn das Spiel schon wenn man so ich mein Ich hab hier immer noch so einen Würfel gefunden gerade So eine Bauer Ich fahr schon mal los ne? Obwohl warte Ja komm ich geh Ich fahr los Dann bis nachher tschüss Ja kannst du Äh wir sind nicht auch Ressourcen haben Ne fahr mal da lang Ich mach dann ein paar Dinger hier In Richtung Tempel Was? Lassest du es machen? Richtung Da hinten Richtung diesem Standort Mach ich jetzt mal diese Versuchung Die Verbindungen Dahin zu packen weißt du? Okay Hier kann ich den ziehen Na den packe ich ein bisschen nach da Und ich lauf alles ins Loch Geil Das verstehe ich noch da Oder muss noch da Das hier können wir nicht gebrauchen gerade irgendwie Moin wie gehts dir? Ich bin hier Oh ist gut Sei bereit gemischt Ja ich versuch während immer diese Verbindungen Irgendwie Ein paar habe ich hier schon hingelegt ne? Ich versuch die irgendwie hier so gerade zu ziehen Aber irgendwie jedes Mal wenn man das machen will Ist irgendwie die Verbindung aus? Oder funktioniert einfach gar nicht? Ja Das geht Ich weiß zwar nicht mal wie viele Verbindungen ich hier noch aufstellen kann Aber naja Gemisch 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 Ich würde irgendwie persönlich nicht ganz n Was sind das hier eigentlich für Risse Die sich hier bilden Wenn man diesen Dings Hier diesen Blatt Diese Diesen Würfel anfasst Ja Also hier rissst du dann? Hey hier ist ne zweite Sonne Was das labert der Typ? Was ist denn ne zweite Sonne? Ich hab deine Sicht nicht Was siehst du? Ob du denn das High oder so? Kann sein Wie siehst du ne zweite Sonne? Vielleicht bin ich High Vielleicht auch nicht Hey Jason ist mein das große Gemischloch gehen? Nein möchte ich nicht Oh Das ist größer als Als Nick? Ja das auf jeden Fall Oder tiefer eher gesagt Ey ich hab ne neun Würfel hier ne? Was hast du? Neu dieser Blöck Riesen Stein Block Haufen da Diese riesen Blöcke Die du Nachgucker wirft Achso ein Forschungsding Ja kannst du Vorne drauf machen Ich muss jetzt kurz zurück Warte Ich krieg das noch hin Ich krieg das noch hin Irgendwie Vorne Mal vorne drauf Vorne ran Ja vorne dran Irgendwie will das grad nicht Jetzt ja Anfänger Tschau 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 Gimmisch Gimmisch Gemisch Gemisch Gimmisch Wie auch mal Höhleneingang neben unserer Base ist und du gibst da extra noch ein. Ich weiß auch nicht, was das selbst am Gegenstand jetzt war. Ich find's doch dumm, dass man immer ein paar davon irgendwie in der Reichweite haben muss, weißt du? In der Reichweite haben muss, weißt du? Ne, weiß ich halt irgendwie nicht. Ein paar davon sind wirklich so gemacht, dass die drei bis zwei Zentimeter maximal ausgehen. Du sprichst zu unmöglich. Ich mein damit, die kann nicht nur eins bis zwei Meter oder so ziehen. Man liest halt direkt aus. Ja, der Traktor meinst du, oder was? Diese Verbindungen. Was mit denen? Die gehen direkt aus. Ja, und wenn sie ausgehen, kann sie ja noch hinstellen und dann verbinden sie sich trotzdem noch, ne? So weißt du. Ich bin gleich da, ne? Das ist doch gut. Da hab ich... Ich nehm glaube ich mal den anderen Wagen noch mal kurz. Weil hier ist noch mal ein... Scheiße! Jetzt haben wir ein Problem hier. Okay, oder? Haben wir ein Problem? Ah, etwas. Okay, ich glaub wir haben genug Gemisch erstmal. Maximal würdest du bis hier hoch kommen. Also bis nach hier oben. Mit den Verbindungen, aber da kommst du nicht. Ich weiß nicht. Mal Verbindungen legen ist so einfach, oder nicht? Ja, man hat doch nur maximale Anzahl oder so. Ja, ich hab das denn mitgenommen. Keine Ahnung. Aber mir muss reichen. Und es kann nicht ja noch ein paar geben, ne? Aber das muss erstmal reichen. Ich mein, die sind bis vorne gegangen. Ja, ich hab zwei Stacks drin jetzt. Ah, muss erstmal reichen. So. Ist erstmal alles gut. Ich hab zwei Stacks davon geholt und jetzt geh ich noch mal Harz sammeln. Harz. Wenn die Nacki nicht bis dahin reichen, muss ich mir noch irgendwo Pflanzen mitnehmen. Gemisch. Ja, Gemisch haben wir jetzt zwei Lager voll. Oh, ich brauch das ja nur für diese, keine Ahnung was das sind. Blätter oder wie auch immer. Ja, man kann auch voll gut damit looten, ne? Wenn man einfach noch verrottet ist und so. Also. Oh, du machst schon Harz. Ist so gut. Hier ist Luft noch, oder? Da hinten geht die Sonne auf. 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 Im Westen, im Süden geht sie unter. Wie ist das irgendwie? Im Süden wird sie untergehen. Ich bin schade, dass der Truck, äh, das Auto nicht einfach automatisch die Ressourcen, die ich hab, nehmt und einfach in mein Dings tut. Ah, ist ein Greifarm. Ich weiß nicht, ob er das macht. Kann man da sagen. Äh, ich nehmt ein bisschen Gemisch mit, ne? Sicherheit. Sicherheit geboren. Hier ist ein ganzes Gemisch, Canyon. Ja, wo darf ich die? Hab ich ausgehoben. Kannst du mir gleich helfen, die 30 Stacks HCR in das Lager, in das Auto fliehen? Ah, ich bin auch schon beschäftigt mit einem Gemisch Canyon. Aber warte mal, mein Staubsauger ist. Aber wir brauchen nicht mehr so viel, also kannst du gerne noch was mitnehmen? Nein, ich glaube sogar was verloren. Naja, egal. Das Hartz hier dran stecken. Ah stimmt, ich kann ja zeigen, wo Sachen sind. Ach so. Ich muss kurz gucken, wie kann ich den hier hinstellen, damit wir hier leben. Da bist du. Da bist du. Da bist du. Ja, das weiß ich. Da bist du. So, ich glaube wir sind erstmal fertig mit den Verbindungen, würde ich sagen, oder? Warte mal, ich brauche eine Verbindung, aber mit es erstmal kaputt machen. Hartz, Hartz, Hartz. Jason ist der Hartz. Ich geh jetzt immer da hinten hin und pack noch mal die andere letzte Verbindung da hin, ne? Ja, mach das. Ich hab auch noch ein paar Verbindungen, wenn du welche brauchst. Wir brauchen noch ein paar Aufsätze. Für unseren Staubsauger noch ein paar Modifizierungen. Nein! Oh, ich bin fast in die Hölle gefallen. Weißt du. Du musst auch passen, Jason. Ey, lass mal gleich so eine Schnellreise einmal durchziehen. Schnellreise zum selben Ort. Na, aber lass mal so. Jason hat gerade zum selben Ort gerade eben teleportiert, das fand ich auch lustig. Er hat sich durch die Dimension zum selben Ort teleportiert. Irgendwie... Ja, ich hab's perfekt hingekriegt. Du kannst... Boah, also ich glaub der Hartz Canyon ist mehr ausgebeutet als der... Ja, der Hartz Canyon ist viel tiefer als der... Als die Hölle, die wir in der ersten Folge gefunden haben? Ja, als der Gemisch Canyon. Die sind ja beide nebeneinander. Aber der Hartz Canyon ist so viel tiefer. Jo, ich muss mal kurz... Jo, gucken... Vielleicht kann man irgendwas... In Verbindung machen, dass die... Ja, wir müssen gleich in die Berge gehen übrigens, ne? Ja, aber wir müssen auch die Verbindung immer so hinstehen, dass die nicht so komplett überall kreuz und quer liegen. Ja, ich weiß nicht, wer die Scheiße gemacht hat. Ich offenbar nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so... Nee, alle Splits 2804 schuld. Stimmt. Alles seine Schuld. Oh nein, nein. Der Hartz Canyon ist fast leer. Wir treffen uns beim Mutterschopf, ne? Was ist ein Mutterschiff? Was ist ein Mutterschiff? Wie ein Aufheimer. Was ist meine Mutter? Die sagt ja nicht mal Mutter oder so. Doch, Mutterschiff. Was haben wir jetzt halt diesen Scheiß-Näffigen-Streiter? Wieso haben wir da überhaupt aktiviert? Ihr müsst irgendwelche Strahle aktivieren, wo ihr nicht wisst, was da bewirkt. Was ist hier los? Bro, wir haben... Ey, ich glaube, ich habe die Rates to Marvel geöffnet. Okay, der Hartz Canyon ist ausgeschöpft, glaube ich. Da kann man nicht mehr viel machen. Deswegen nehme ich jetzt auch noch mal ein bisschen gemischt mit. Ich kann da ja eigentlich noch mal eine Plattform machen mit noch mehr Sachen. Aber hier kommt die erste Folge online, ne? Das ist gut. Das ist auch schön zu hören. Ich weiß doch schon, wie viele Folgen wir dafür brauchen für dieses Spiel. Wie viel? Maximal 80. 80? Das sind echt viele eigentlich. Nein, damit wir jetzt... Wenn man jetzt hier... Oh fuck, der Rasen... Dein Wagen kippt, muss runter? Fast, aber da ist doch alles im Grundbereich. Wo bist du? Boah, ich habe zu viel ausgebeutet. Wirklich. Der... Könntest du jetzt doch beim Hartz Canyon irgendwas... Irgendwas mitnehmen? Theoretisch. Der Hartz Canyon ist komplett leer, oder? Ich habe mich gerade runtergebaut. Was ist das? Ich komme nicht mehr hier raus, Hilfe. F. Hier kann ich auch gar kein viel genommen liegen. Kriegst du da unten eigentlich Sauerstoff? Sauerstoff? Hä? Wo bist du... Äh? Schau mal, warte. Wir müssen einfach ganz kurz hier die... Verbindung... Warte, machen wir alle Verbind... Wir sollen mal eine Verbindung ein, wir brauchen... Ja, der eine ist unter dem Boden. Guck mal mit. Ja, wo bist du jetzt schon wieder? Ja, folg die Verbindung hin. Schau mal. Ja. Alter, dein Canyon, der ist größer als... Keine Ahnung. Schau mal. Siehst du das? Leben! Leben! Ja, ich sauge einfach alles. Nein, ey, wir beuten die ganzen Planeten aus. Ich geh rein. Okay. Warte, wir brauchen Verbindungen hier nach oben. Hallo? Ja, ich habe keine mehr. Ich habe keine Verbindungen mehr. Der ist mich gerade runtergebaut, kann das nicht. Kann das nicht sein. Boah. Ey, du bist noch mit Verbindungen. Du bist der letzte von uns mit Verbindungen. Ja, wieso tötest du mich denn? Leben! Wir müssen alles Leben mitnehmen, ne? Daraus kann man Keramik machen. Hab ich gesehen. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo ich will ich? Geh weg, Gemisch. Wir brauchen kein Gemisch mehr. Was machst du denn? Wo ich... Wir items sortieren... Ah, ich habe keinen Platz mehr. Noch einen Platz habe ich. Ja, ne, ne. Nur noch mehr gemischt mit. Gemisch, äh. Ne, ne. Nicht gemischt, sondern Leben. Okay, ich bin voll. Ich warte mal hier oben auf dich, ne? Ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder rauskomme. Glaub nicht. Und ich habe mein ganzes Metall ist voller Leben. Sensorstoff. Ja. Ja. Wären es sich genüss, ich ne Pizza Donut. Bin ich voll? Ja, ich bin voll. Ja, ich bin voll. Ja, wir haben Leben gefunden, oder? Sonst wollte ich ja eigentlich auch. Also brauch... mussten wir auch irgendwann. Ich komme nicht mehr hoch, scheiße. Danke. Gut. Dann wieder zurück. Zu unserer Base. To our Base. And let's make some new stuff. Boah. Der Traktor ist ja auch am Leben, dem er am Leben wird. Ey, wortwörtlich unsere Sauerstoffverbindungen, ne? Die verwirren mich so sehr. Ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe. Ach, Mann. Ich fahr jetzt ganz schnell so gut. Ich kann auch ein Tusch und Buggy machen, der ist noch schneller. Aber da kannst du keine Anhänger, glaub ich, dran machen. Ich hab kein Energie mehr, ich bin tot. Hast du vielleicht ein organisches Ding? Oh, hab ich kein. Zufällig hab ich ein mit. Achso, gut. Warte, ich warte, ich werd drauf gehen. Nein, sie steht. Gar nicht, sag ich. Ja. Übrigens, ich hab das Teil ausgemacht. Ich hab trotzdem noch wegen dem Strom. Wie fährst du noch? Ja, Strom gespeichert halt. Was passiert mit dem Himmel? Hast du das Ding wieder angemacht? Nein, glaub ich nicht. Der NPC, wirklich. Er macht Cosmic. Haben wir noch mal irgendwelche dieser Blöcke? Fetten Blöcke? Ja, aber zuerst gemischt dann. Wie sollen wir mehr von diesen Blöcken haben? Ich weiß nicht, was das ein Block ist. Aber, ne. Ich würd, glaub ich, eigentlich so ein hohes Block finden. Wie findest du unser Gemisch? Na gut. Unser Harz. Ja. Ja. Aber. Ich hab noch Harz mit. Ja, wir kommen mit nem Wagen noch Harz. Muss ich auch noch abladen, hier. Hier. Ist ein ganzes Harz-Lager noch. Ich hab auch noch hier Dings-Gemisch. Man weiß, was wir damit verbinden. Na, daraus kann ich Dings bauen, diese... Dinger für... Ah, so denn. Mein Leben. Äh, pack mal all dein Leben, glaub ich. Ich glaub, wir müssen nix mit dem... Leben herstellen, packen wir alles in den Schmelzofen. Du meinst, du willst das Leben da reinpacken? Ja. Oh, scheiße. Weil wir haben uns überlastet. Das ist ganz schön ein Lagerboden. Ich hab noch ein Leben in meinem... Inventar. Ich hab auch noch ein Leben, aber... Aber wir haben ihn zu voll gemacht. Warte mal, ich geh mal kurz in den Sonntagsschlupf. Bisschen schlafen. Ich muss mal ein Speichern. Er zeigt... Alter, die Tür ist... Die Tür ist aufgepackt. F. Okay, Jace. Äh, wenn du willst kannst du kurz ins Forschungsbuch gucken, ob er irgendwas herstellen kann, was cool ist. Das hier war ja der mittlere Drucker, oder? Der ist... Ja, der mittlere, schau mal. Warte mal, ich guck mal kurz in die Missionen-Lockbuch. Köder und Schalter. Sammel Zinkel... Zinkblende. Also das, was du in der Höhle gefunden hattest. Zwei von drei. Entsperre und... Entsperre, drucke und befestige den Boost-Modus am Gelände-Ferkzeug. Bewaffne dich. Ich drücke ein Auto-Arm. Speichere eine Ressource... Eine Ressource mit einem Auto-Arm. Sie rennen einen Teil deiner Arbeit. Ja gut. Wir haben noch sehr viel vor uns, kann das sein? Ja. Ähm... Wollen wir erst mal in die Berge gehen? Ah, lass uns erst mal arbeiten. Erst mal unseren Inventar ein bisschen frei machen. Ein was? Was willst du machen? Ja, lass uns das Inventar ein bisschen frei machen, weil hier ist echt zu viel. Zu viel Leben noch. Es wird jetzt schön, erst mal hier. Hier, falls du noch was brauchst, hier, ich hab dir was hier hingepackt. Organisches. Ja, ja, kann sie dann... Was ist das? Unmittel großes Lager. Ähm, kannst du kurz hier so ein... Unboxing. Warte, haben wir noch so ein... Alter, hier ist zu wenig Platz geführt, ne? Ja, ich kann euch mal... ja, hier schon. Ich mein, wir haben so Probleme hier durchzukommen. Schieber gelegt... Vielleicht mal... ein anderes, auch wieder ein neues, ein alteres Spiel zu spielen. Ich glaub, Astro nie war ja 2019, ne? Könnte sein. Hast du aber jetzt schon was gefunden, dass du noch kraften kannst? Was noches? Na, grad nicht. Okay. Gut, lass in die Berge, ich hab ein leeres Inventar. Hier, warte mal kurz. Jetzt rutscht schon wieder? Okay. Aber diesmal ohne Truck, weil... Ich glaub, in den Bergen fährt er nicht so gut. Ähm. Warte, hier längst, hier längst, wo ich bin. Verbindet sie nicht. Verbindet sie nicht. Warte? Hm, ja, ich muss gleich auch los, aber wir können noch kurz in den Bergen gehen. Wo wollen sie hin? Wo wollen sie hin? Warte, wir sehen, wir sehen, wir sehen, die Verbindung hat ein bisschen verbargt. Nein, 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 Alter, der ist... Warte. Ja. Och, ey. Das ist eine Kack-Verbindung. Warte. Jetzt. Jetzt. Nein, hier war irgendwo Profit. So, hier sind die überall die Flas... Ach, hier sind wieder Steine. Ey, diese Pflanzen lieben dies Berg. Ey, sagen wir mal auf die Spitze des Berges? Nein, lass mal auf die Spitze gehen. Ganz ehrlich, wie verbinden sie sich nicht? Ich verruf, ich verruf. Ja, hier hab keine mehr. Ich hab zwar noch welche... Ach, schau mal. Vom Berg aus sieht man auch unser... Also das Ding. Ich weiß nicht, diese Plattform, die wir aktiviert haben heute. Oh, ey, bleib mal da, bleib mal her, lieber. Schnell, hierher zu mir. Hierher zu mir. Hatt ich ein Forschungsding gefunden. Wir müssen die Händen halten. Geht gar nicht, schau. Nein! Wir müssen gleich los, das heißt wir müssen die Folge gleich beenden. Oh, warte Gott, ich muss mal kurz gucken, wo ich ihn platzieren kann, dass du auch so ausstuftricks. So. Da hinten ist ja wieder so eine Station, oder? Ist das nicht die? Das sind unsere, ne? Das ist dieselbe, das ist dieselbe. Da hinten ist ja auch noch ein Berg. Ja, hier ist doch nichts interessantes. Wir müssen später nochmal in die Höhle, um mehr Manachit zu finden. Um mehr Aluminium zu machen, und dann können wir uns neue Sachen machen. Ja, ich hab mir ein bisschen Harz mit noch zu sichern. Ich glaub, sobald wir Grafit gefunden haben, haben wir auch die Haupt... Also eigentlich alle Ressourcen, die hier auf dem Planeten sind, gefunden. Und dann können wir eigentlich auch schon auf den nächsten gehen. Habt ihr gehört, Leute, in den nächsten Folgen gehen wir jetzt auf einen anderen Planeten? Ja, ich weiß noch nicht, ob in der nächsten Folge, wir müssen noch ein paar Sachen machen, aber... Oh, ich denk mal, die nächste Folge wird nächste Folge. Okay, Jason, komm schnell in die Base, damit wir Abmoderation machen können. Oh Gott, ich sterbe. Ich will ihn so nicht verrecken. Wieso ist nur Verbindung um? Alter, Jason, es ist ja voll wenige Verbindungen hier. Komm her! Ja gut, toter Gott, ich seh darf die neue Abmod machen. Wir sind sehr wenig Verbindungen. Ja, gar nicht. Okay, das war's mit der Folge, Leute. Freut euch auf die nächste. Da werden wieder sehr krasse Sachen passieren. Vielleicht auch auf einem neuen Planeten. Und ja. Ja, tschau. Lasst ein Like da bei mir. Und abonniert heute Gott, ich seh uns schon bei seinem letzten Video vorbei. Tschau!